Bhagavad Gita, Vers 2.48 Sei fest im Yoga verankert, o Arjuna. Erfülle deine Pflicht und gib jede Anhaftung an Erfolg oder Misserfolg auf. Eine solche Ausgeglichenheit des Geistes wird Yoga genannt. Erklärung Krishna rät Arjuna, in Yoga zu handeln. Yoga bedeutet, den Geist auf den Höchsten zu konzentrieren, indem man die ständig störenden Sinne kontrolliert. Der Höchste ist der Herr und da er selbst Arjuna den Rat gibt zu kämpfen, hat Arjuna mit den Ergebnissen des Kampfes nichts zu tun. Gewinn und Sieg sind allein Krishnas Angelegenheit. Arjuna wird lediglich der Rat gegeben, nach den Anweisungen Krishnas zu handeln. Den Anweisungen Krishnas zu folgen, ist wirklicher Yoga und dies wird in einem Vorgang praktiziert, den man Krishna-Bewusstsein nennt. Nur durch Krishna-Bewusstsein kann man den falschen Anspruch auf Besitz aufgeben. Man muss der Diener Krishnas oder der Diener des Dieners von Krishna werden. So werden die Pflichten in rechter Weise im Krishna-Bewusstsein erfüllt und dies allein kann einem Menschen helfen, in Yoga zu handeln. Arjuna ist Kshatriya und gehört als solcher zur Einrichtung des wahren Ashram-Dharma. Es wird im Vishnu-Purana gesagt, dass es das einzige Ziel des wahren Ashram-Dharma ist, Vishnu zufriedenzustellen. Niemand sollte sich selbst zufriedenstellen, wie es in der materiellen Welt die Regel ist, sondern man sollte Krishna zufriedenstellen. Solange man also nicht Krishna zufriedenstellt, kann den Prinzipien des wahren Ashram-Dharma nicht in rechter Weise gefolgt werden. Arjuna wurde also indirekt der Rat gegeben, nach Krishnas Anweisungen zu handeln.